Hallihallo liebe Leute und weiter geht es mit Soulblazer. Wir befinden uns immer noch in diesem verdammten Modell. Im Modell der Stadt. Im Modell der Stadt in Dr. Leo's Labor. Wir versuchen jetzt endlich diese verdammten unsichtbaren Monster zu bekämpfen. Oder unsichtbaren Katapulte in diesem Fall. Wow. Wir uns noch daran hindern hier das letzte Ding zu befreien. Okay, wir haben's. Und wir kriegen zwei Truhen. Auch gut. Ja, somit hätten wir das erste Modell komplett. Wunderbar. Die unsichtbaren Monster sind Gott sei Dank keine Qual mehr. 80 Juwelen und Heilkräuter. Wunderbar. Dann rüsse ich die doch gleich mal aus. Bevor ich hier weit krepiere, aber... Ich dürfte eigentlich keine großen Probleme mehr haben. Die unsichtbaren Monster kann ich sehen. Also werde ich jetzt erstmal das zweite Modell noch schnell machen. Dort die unsichtbaren Monster noch zu bekämpfen. Und dann wird auch schon bald der Boss kommen, glaube ich. Gut, jetzt muss ich nur noch die ganzen Monster finden, dich. Oder Katapulte. Weil die ja dafür verantwortlich sind. Drei Stück. Dass ich, ähm, die Sachen befreien kann. Okay, hier ist eine Sackgasse. Das war dumm. Aber gut. Dann kämpfe ich mir hier den Weg frei. Okay, wo seid ihr Katapulte? Da ist einer. Okay, die Monsterhülle ist immer noch offen. Wie beim letzten Mal. Sehr gut. Dann bleibt mir das wenigstens erspart. So, eine... Ein Katapult muss hier noch sein. Oder zwei. Und meine Heilkräuter wurden gerade verschwendet. Egal. So. Und alles ist frei. Und wir befreien das nächste Lebewesen, oder? Eine Kiste mit Schubladen. Okay. Und eben einen Schrank. Auch gut. Vielleicht ist ja irgendetwas brauchbares drin, oder so. Man weiß nie, wozu solche Schränke gut sind. So, eine Monsterhülle noch. Und die müssen sich hier irgendwo rechts befinden. Oder links, rechts, oben, unten. Nein, hier unten war sie. Da unten. Da sind auch die Katapulte. Die mir noch fehlen. Und die mir gerade sehr tolle Schmerzen verursachen. Die schießen aber auch echt in alle Richtungen. Yo. Na gut, die gucken auch genau direkt dahin, wo ich mich gerade hinstelle. Das ist ja auch kein Wunder. Dass ich hier so viele Schmerzen erleide. So, da ist das letzte Ding. Und weg seid ihr. Und das letzte Lebewesen wird hier befreit. Eine Treppe. Die in den Keller führt. Gut. Dann werde ich mich jetzt mal in Dr. Leos Labor ein bisschen umsehen. Ole. Aber erstmal aus diesem... Ja, aus diesem Modell fliehen. Sofern ich das hier schaffe. Wow. Gut. Jetzt kann ich raus. Jetzt kann ich von hier verschwinden. Und dann gucken wir erstmal aufs Sachgeschoss, würde ich sagen. Ist am nächsten dran, also. Aber hier ist noch eine Katze und ein Schrank. Und der Schrank. Und der Schrank. Obwohl, mit der Maus hier könnte ich auch noch reden. Kommt hier. Bin ich noch irgendwie andere dazu. Ich bin eine fromme Maus. Stell dich hierher. Und ich werde dich reinigen. Und ich werde dich reinigen. Und ich werde dich reinigen. Ich werde mich noch nicht angesprochen. Was ich mal nachholen sollte. Mal schauen, was er mir sagt. Ich bin Actinida, äh, Moment Actinidia Wenn du willst, nimm dir ein paar Blätter Autsch DJK, I hate Blätter der Actinidia Wofür brauche ich die jetzt? Setzt ein Geruch frei, welcher Katzen anzieht Okay, ich weiß, was ich tun muss Also gehen wir den Stockwerk tiefer Und loggen die Katze mal weg Na, dann sollte ich das natürlich auch ausrüsten Gut, mal schauen, wo ich die Katzen hinlocken kann Auf jeden Fall muss ich die Maus da durchlotsen So, ich hoffe, die Katzen folgen wir jetzt auch Muss ich wahrscheinlich ansprechen damit Okay, die tun's jetzt schon Nur, wo bringe ich die hin? Vielleicht hier in diesen Raum, in dieses Zimmer? Ah, okay So, hier könnt ihr bleiben Dann rüsse ich jetzt mal was anderes aus Die folgen mir trotzdem noch, na, klasse Gut, dann muss ich einfach nur schnell sein So, schnell, tschüss, Katze Gut, jetzt müsstest du hier durch können Würdest du bitte die Katzen aus dem Raum bringen? Ich fürchte mich zu sehr vor ihnen Die sind doch weg Ach, Mensch Gut, dann muss ich sie woanders hinbringen Aber wo? Moment Ja, blablabla, weiß ich Es gibt geschwätzige Türen und nicht so gesprächige Türen Äh, die Katzen muss ich erstmal loswerden Na, klasse Gut, folgt mir Unauffällig und geht einfach durch die Tür, obwohl sie zu ist Sehr logisch Sehr logisch So, da, dann hier runter Okay, hier, okay Was für ein schöner Geruch Was für ein wunderbarer Geruch Gut, dann bleibt er stehen Auch gut Äh, ja Das Blatt brauche ich nicht ausrüsten Äh, dieses Ästchen Was auch immer Vielen Dank Jetzt kann ich mich frei bewegen Lass mich dir etwas geben Tritt bitte rein Da pass ich doch nicht rein, doch Ah, jetzt bin ich in diesem Hausversteck Danke, dass du die Katzen los geworden bist Nimm diesen Zauber Die Magie der Funkenbombe Und wir erhalten die Funkenbombe Eine weitere Magie Gut, hat noch einer von euch was brauchbares? Ihr lauft im Kreis Wir sind kleine und furchtsame Tiere Findest du es nicht unfair Dass die Schwächeren zuerst besiegt werden? Ja, finde ich auch ein bisschen Ich wäre gerne als Pflanze geboren worden Ich würde mich vor nichts fürchten Äh, würde ich nicht sagen Ich glaube, Pflanzen fürchten sich auch, oder? Möchtest du ein paar Heilkräuter? Ja Nimm dir alle Blätter, die du brauchst Von meinem Körper Autsch Hier, jetzt haben wir wieder Heilkräuter Ich kann wieder einmal krepieren Ohne Ohne Verluste zu machen Wunderbar Dann würde ich sagen Betrete ich jetzt Den Keller mal wieder Oh, jetzt muss ich da auch noch hin Obwohl, ich gehe hier falsch Gut Aber bevor ich das tue Werde ich einmal speichern Energie habe ich zwar voll Aber speichern soll ich zwischendrin auch nochmal Man weiß nie Sicher ist sicher Und weiter geht's Nein, so schnell gebe ich auch noch nicht auf Das könnt ihr vergessen Ich werde hiermit auch schon bald fertig sein Denk ich mal Ich muss nur noch durch diesen Keller hier Und dann den Boss besiegen Und dann Haben wir es soweit auch schon Also muss ich hier nur noch Mich ein bisschen durchkämpfen Diese Robben hier wieder bezwingen Aber werdet euch eigentlich wohl lang Links, rechts Okay, kommt her Wie viele Monsterhöhren gibt's hier? Neun Stück? Uiuiui Gleich so viele Okay Das ist mies Kann ich diese Dinge auch zerstören? Ne, natürlich nicht Ich ziehe mir nur Energie ab Muss ich davor aufpassen Gut Weiß ich Bescheid Ah, ihr seid So hinterhältig Propellerstaubsauger Die ich wieder vernichten darf Juhu Welch Freude Ah, verschwinden So Von mir aus komm rüber Mach was du willst Aber ich werde dich trotzdem Oder vernichten Okay Ein Monster Muss hier noch rumlaufen Wenn diese putzen nicht Ah, dich meine ich Genau Aber dich muss ich auch Lust werden So, komm nochmal runter Okay Noch eins muss irgendwo rumlungern Ich schau mal Da ist es Da ist auch noch einer Okay Dann mach ich den auch Erst noch platt So, jetzt hab ich's aber Jetzt kann ich gleich Drei Monsterhöhen betreten Ist doch auch praktisch Habe ich wenigstens Etwas gespart Einmal ne Abkürzung Noch ne Abkürzung Und ich hoffe Jetzt befreie ich Lebewesen Natürlich nicht Ich befreie nur Ne heiße Bodenplatte Die mir wahrscheinlich Den Tod bringen wird Wenn ich da jetzt rüber laufe Gibt's nicht irgendwie Noch ein anderer Weg Den ich gehen könnte Fünf Monsterhöhen Ja, hier War doch irgendwo Noch ein Weg Oder auch nicht Ne, ne Okay Ich muss wohl über die Heißen Bodenplatten Bringt alles nix Ich hab leider ja nix Womit ich da Unbeschadet rüber kann Leider Sowas kann den nämlich Echt gut gebrauchen Hier Ähm Ach so Kraftwerk wird das hier genannt So, so Unter dem Labor ist ein Kraftwerk Okay So langsam mach ich mir Sorgen Um dieses Labor hier Bis zum nächsten Mal